so 82 genau und jetzt 100 und noch ein paar zerquetschte perfekt genau gut die mutierten alberts ich würde es noch geben würde sich das lohnen den giant dann finde ich immer nicht das kacke den finde ich immer das ist ein bug oder so sieht der boden nicht wirklich aus auf zeichentrick das sieht ja ultra schlecht aus what the fuck das back oder sieht einfach aus dass wir jetzt einfach nur so ein einfarbiger hintergrund oder untergrund besser gesagt so dass wir der boden in minecraft und immer nur den gleichen block benutzt gehört so echt so zum teufel sollte man so spielen wollen dass sie da richtig scheiße besser für dich mehr fps na gut das lauer okay einfach die todesblume gedroppt 39 damage fehlen wieso verkaufe ich pd6 für 600k mache ich nicht ich habe nicht mal pd6 in meine shops getan ich verkaufe eine gx und pd8 die pd8 habe ich ziemlich teuer gemacht denke nicht dass jemand kauft ich habe keine lust mich über die preise zu informieren aktuell man es war doch nicht ernst gemeint auch Das ist ein Masha M heißt gesehen der spricht englisch ja und kann auch englisch sprechen macht mich das nicht weniger deutsch I don't think so das ist ein Masha M.